hier kann ich gegenschlagen wo ich will das bringt mich nicht weiter 18 hat mich wohin gebracht 18 bringt mich nach hier ob es in welchem weg jetzt gibt habt in acht oder hier verstehe zum beispiel nicht was mir die lücke hier bringen soll ich kann hier war zwar was durchlegen oder so aber ich glaube wenn ich richtig sehe ist da hinten noch mal eine nische also noch mal zu 16 so das hier ist ja weg das machte nämlich der schalter so jetzt bin ich bei 17 da wird es nun zu 6 gehen so da geht es nirgends hin so jetzt bin ich bei 18 das problem ist 18 bringt mir überhaupt nichts 18 bringt mich nämlich nur von da nach zu 7 in den nächsten komischen raum so von daraus kann ich nur zu 22 ist hier unten hier war der porter ja der hat die drei nicht deaktiviert so von der drei kann ich mich nur entscheiden hier hin zu jumpen vielleicht den knopf noch mal zu drücken und dann hier zur fünf zu jumpen die wo ist also sehe ich mich besser da ist die fünf den da hatte ich auch schon gedrückt da wäre nur die 1 wieder jetzt bin ich bei der 6 so bei der 6 kann ich mich entscheiden zwischen 8 und 7 7 boxiert mich soweit ich weiß in der sackgasse so 7 bin ich hier 7 ja bringt mich hier in die sackgasse port 2 bringt mich wieder hierhin ich muss wahrscheinlich den kontrol mal wieder einschalten und gucken ob dadurch andere porte wieder aufgehen also ich bin bei zwei jetzt muss ich gucken dass ich wieder zu 1 komme ich glaube das hat auch nein den hat es nicht wieder eingeschalten so 1 10 11 wo war ich jetzt noch mal da 11 12 12 13 und ja hier ist definitiv auch noch ein tisch gewesen so 13 war hier und es wird wieder dunkel so 14 ja das ist noch begebbar bin ich irgendwo falsch gegangen ich bin nämlich eigentlich zur 16 zurück die 16 war wo ach die 16 war da ja gut und das ist jetzt noch einfach okay komisch ich habe doch den hebel umgelegt ja gut das war 17 18 18 bringt mich hierhin ups das war 8 ich wollte den hebel doch umlegen ich bin so doof so 16 18 ach so der hebel ist jetzt umgelegt jetzt sind die 17 macht hier schon mal nichts 18 18 so Nein, macht nichts. Die 7 bringt mich nur hier zurück zu 2. Legen wir mal beide wieder um. Jetzt müssten die Teleporter hier und hier alle wieder aktiv sein. Jetzt bin ich bei der 3. Jetzt gehe ich mal wieder zu 1. Das wäre die 2 gewesen, das ist okay. Jetzt bin ich... Äh, wo nochmal? Da bin ich jetzt bei der 11. Zur 12. 12 war hier oben, das konnte ich mir merken. Gehen wir mal zu 13. Ja, 13 ist hier. Da wäre ein Ausgang. Und kein Knopf an der Wand. Da wäre Port 11, da wäre 14. Was auch immer ich hier gerade mache, ich mache es falsch. Oh. Ja gut, das ist der 15er, der wieder aktiv ist. Der bringt mir nur nichts. Ach so, 14 führt mich hier in die Irre. So, hier wollte ich hin. Jetzt bin ich nämlich bei 17. Das wäre hier. 18. 18 bringt mir auch nichts. Hm. Und die kriegen alle langsam immer mehr Hunger. Und ja, das Detect Sequels kann ich noch nicht. Jetzt stehe ich wieder auf dem Feld mit der 18. Ich wüsste echt nicht, wo ich noch hin könnte. Jetzt bin ich bei 8. 8, 16. Was hat es zum Beispiel mit der Nische hier auf sich? Ich kann nichts aus den Wänden nehmen. Ich kann auch sonst nichts machen. 18 ist eine Sackgasse. Jetzt bin ich wieder bei 6. 6 war wo? 6 war hier. 9, wo führten mich 9 nochmal hin? 9 führten mich hier unten hin. Vielleicht ist hier noch was. Ja, hier war ein Knopf. Der mir nichts bringt. Jetzt bin ich wieder bei der 1. 1 ist hier. Ja, ich müsste nicht hier hinkommen, sondern einmal hier hin, glaube ich. Und einmal da irgendwo hin. Ne, da war ich schon. Hier müsste ich irgendwie hinkommen. Ist nur die Frage, wie? So, toll, jetzt bin ich wieder bei 3. Bei der Port bei 3. Wo ist er denn? Hey, 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 hey. Wo ist er denn? Hey, 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 wo ist denn der 3er Porter? da ist p3 da ist p3 naja hier ist ein ob den kann ich schon mal aufschreiben von hier aus mal zu 12 12 jetzt am einfachsten sowieso so ja und da muss ich hin da ist der schlüssel ich komme aber nicht über die 13 nein ich habe eher das gefühl ich muss noch einen knopf finden um die wand aufzukriegen bis jetzt war ich aber zu blind diesen knopf zu finden 14 bringt mich hierhin und ja saummäßig nachhaft aber anders kann ich den hunger zurzeit nicht stillen außer ich versuche es mal wo ist denn der ausgang bei 11 den hatte ich auch schon gedrückt jetzt bin ich bei 11 das war falsch ich wollte doch dahin das ist nämlich der ausgang kann ich das als reagenz benutzen um mir eine suppe zu kochen nein